Hippocratisch! Hey, da heilst es 6 statt 5 Lebenspunkte. Shit, mir gehen echt die Leute aus. Und Ditten? Bring mal dich mal auf. Oh Gott, nein! Ähm... Jaaa... Ja, ja, ja. Dann müssen wir aber da eine andere Skillung fahren. Müssen wir so machen. Zum Heilen! Äh... 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 Ich hab auch keine Stressheilung für dich, mein Freund. Wir haben auch keinen Clown da. Ach, ich brauch einen Clown! Äh... Äh... Achso, warte mal. Wir haben ja jetzt die guten Dinger. Wir haben jetzt den guten Shit, haben wir jetzt. Äh... Äh... Ich habe ein bisschen Angst. So eine Grundpräzision hast du Pommes? 90 Warte mal, hier war doch irgendwo, irgendjemand war doch hier komplett am Arsch. Yo, 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 meine Barbare. Ach, fuck. Ja, meint. Oh, guck mal, da geht was, Pommes. Da geht was. Machen wir das noch mal günstiger? Ja. Brauchen wir früher. Ich meine, es ist teuer. Oh, Baby. Hm. Okay. Kritt geht um eins hoch, Gift bleibt gleich, aber die Chance zu vergiften ist höh. So Quatsch, wir sind im Wald, da lässt sich nichts vergiften. Nur sehr schwer, sag mal. Wobei, 120 Prozent. Quasi ein Fifty-Fifty. In welcher Position stehst du? Es kommt kein Geld rein, ne? Ihr merkt es. Ich gebe zu viel aus. Die Waffenskillung eben hat aber wieder richtig weh getan, ey. Es ist... Es ist scheiße. Scheiße, 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 scheiße. Ja, okay. Oh, irgendjemand hat eine Schaufel mitgebracht von den Vieren. Grabeuberin vielleicht? Steht leider nicht dabei. Ich weiß es nicht. Ähm, ja. 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 Bring ausreichend Fackeln mit. Du meinst wohl Schaufeln. Oh. Ach du Scheiße. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn. Vorhin hat man einen langen mit dreizehn. Das ist jetzt nur ein mittleres mit dreizehn, ne? Läuft bei uns. Und hier gibt's kein Backtracking. Ich nehm gleich alles mit. Oh, kein Scouting oder was? Ach, wir sind eh des Todes. Oh. 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 Oh, das istX. Oh, und. Wauzi! Wauzi! Gut! Nein! Das ist nicht gut! Ach komm! Du Kackviech! Das einzige, was du in deinem kurzen Leben noch machen konntest, ne? Mir ein Krill verpassen! Nimm ihn zurück! So! Durch die Rüstung hauen! Das ist eine Scheiße! Alter! Alter! So eine Heilung haut er jetzt raus! Nachher! Wenn ich... Wenn ich wieder... Am Totentuch nage, ne? Dann... Mach deine Null mit Bluten! Safe Call! Oh, der war schwach! Er geht auf! Oh Gott! Ihr sollt doch aufhören! Dich zu bluten zu bringen! nützloser Affe. Alter, ich will kritisch scouten. Wir machen nochmal ein Licht an. Komm, gib mir einen Scout. Gib mir einen Scout. Gib mir einen Scout. Perfekt. Okay. Wir wissen, hier ist noch kein Geheimnis. Heilig dich mit ihr. Alter, du bist ein Alter. Junge. Ich kann dich so nicht in den nächsten Kampf gehen lassen. Das ist dumm von mir, ich weiß. Halbtot nur durch Gift und Bluten, ne? Scheißkerl. Ich hab nix mehr für euch. Lasst mich in Ruhe. Die Twisted Faces of Damned. Heilig dich mit dem Ballast. Hi. 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 Mein Freund. Versuche ich dich zu stunnen oder gebe ich dir einen auf die Glocke? 30% Erfolg. Erfolg. Äh, äh, äh. 70% Erfolg. Yeah. Gut. Jede Runde, in der das Gift tickt, ist eine gute Runde. Na, guck mal. Du bist schon bei 6. Ja. Und ich weiß nicht. Aber. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wie wäre es denn? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Guck mal, wer ist denn da schon bei 9 Schaden? Komm mal nach vorne! Komm mal nach vorne! Ah, da brauchst du auch gar nicht deinen Nodistenmantel aufzumachen. Das bringt dir aber nix. Scheiße, jetzt tut's weh! Das war... das war doch so nicht gemeint mit dem Veto. Ja, nimm! Ach so, ich wollte eigentlich nochmal kurz heilen. Er musste gritten, oder? Er musste gritten! Ja klar, und es tickt 5 Runden lang durch. Ich muss campen. Ich muss campen. Hat irgendjemand ne Bandage dabei? Ja! Gut. Äh... 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 Noch 4 Punkte, ne? Haben wir... Was machen wir, was machen wir, was machen wir? Ist hier irgendjemand krank? Nein, ne? Nein. Äh... Äh... Das brauchen wir nicht. Alle Gefährten Heilung um 20 Prozent. Nein. Äh... Äh... Drei Punkte, plus 2 Geschwindigkeit. Ach, und du nicht, oder was? Ach, komm. Und noch einen Schlüssel gebastelt. Neues. Not gay. Weiter geht's hier in Spaßhausen. Der wär mir abgekackt. Ich hab campen müssen. Alles ist nicht schlecht. Jaaa... Gut. Schöne Scouts. Schöne Scouts, Leute. Ehrlich. Okay, da kommt lange nix. Da können wir das Licht ausmachen. Oh, ey... Ich komm an kein Geld dran. Die Jungs hinterlassen ja keine Schätze. Vor die mir einen großen Spawn kill ich's lieber. Wie soll ich so meine Bank zum... Zum Laufen bringen. Und kein Geld reinkommt. Kommt hier überhaupt noch irgendwas? Was sind denn das für Klickerbeträge hier? Ich... Ich... Ich geh zu Grunde. Ich geh arm zu Grunde. Komm jetzt. Fette Kohle. Das Licht ist aus, oder? Ja, das Licht ist aus. Die sind mal gut jetzt. Hey, ihr Fressböcke. Impressive Hall. Wenn du solche Dinge verdient. Wenn wir noch eine Bandage für dich? Nein. Fassen wir da so dran? Ja. Gut. Wird mich schon gefragt. Es könnten ein paar Gräber noch auftauchen. Ich hab noch zwei Schaufeln, Leute. Okay. Stressheilung. Präzision ist jetzt im Eimer, ne? Dafür mehr Schaden. Ähm... 70% nur. Reist. Alter! Wie oft soll ich hier noch Tollwude abkriegen? Bruder! Ja. Ja, der war schwach. Hab ich hier irgendwas verpasst? Ist heute Critthausen, oder was? Eieieieiei. Komm, noch einer. Gebt mir, gebt mir den ganzen... Hier bluten drei Leute. Was, 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 was... Was ist denn hier falsch? Haben wir da fünf Runden durch wegen dem Crit, ne? Ah, ekelhaft. Weg damit. Ja! Verbandel dich mal selbst. Oh! Schön geabberkattet. Oh, Gold! Du siehst ja echt kacke aus, Junge. So, schon besser. Wie viel Fackeln hab ich noch? Sieben. Oh, scheiße! Oh, wir treffen noch. Haha! Sehr gut. Ääääh! Lass doch Frank in Ruhe! Bommes! Halte du, ich! Hä? 60% Treffer schossen! Nein! Höhere Treffer-Chance! Ich krieg zu viel hier in den Puff! Ich krieg zu viel! Ich krieg zu viel! Jetzt hör auf sie zu verbluten! Gut! Hör auf sie zu... Zum Bluten zu bringen! So rum! Die müssen wir mal Grammatik angewöhnen! Komm, du auch noch! Oh! Alter! Crit Machine! Seize this momentum! Push on to the task's end! Und jetzt... Die Schmerzen hält die Dominion! Schmerzen als Tod! Kein Gegengift! Ich schaue erstmal nach, was sich hinter Tor Nummer 2 verbirgt. Ein Kampf gegen Banditen! Okay! Okay! Du musst zuerst weg! Weil ein Okkultist ist schlecht im Flächenheilen! So! Schnitz! Krach! Oh! Alter! Ich liebe dich! Crit Machine! Oh! Sehr gut! Noch besser! Oh! Das Messer steckt tief! Er haut wieder seinen Spruch raus, ne? Ja! 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 Mal einen Scouting-Ager! Geheimraum! Baby! Ja! Und zwei Wasser hat er auch seinen Zweck! Ja! Ja! Warte! 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 Was liegt hier? Oh, ein Säckchen? Okay. 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 Ähm, ja. Es wäre noch eine Kuriösität übrig. Ja. Ja, die Chancen sind so groß, dass es eine Schrottkurie ist. Okay. Gegen Ende hat es sich dann doch noch gelohnt. Na? Ja, 24.000. Und Urkunden. Und noch mehr Urkunden und noch mehr Geld. Das war ein guter Lauf. Das war ein guter Lauf. Warum kriege ich so viel schlechte Scheiße? Klaustrophobie? Citomanie? Langeweile? Äh. Okay. Situationsbedingt gut. Vor allem auf einer Grabäuberin. Tja. Kein Misthalon, kein Clown. Klar. Nein, nein. 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 Der erste Boss. Es ist die runzlige Hexe. Ja. Und hier ist es die Besatzung. Wollen wir gerade so stehen bleiben? Ich habe auch keinen Clown mehr für den Levelbereich hier, ne? Ah, doch! Doch, 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 doch! Doch! Äh... Ach, du lieber Himmel! Ach, du lieber Himmel! Oh, Walddieb vorbereitet natürlich. Oh, oh! Ähm... Ja, trotzdem mal alles auf Null setzen. Ähm... Also, Hexe, 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 Warte, 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 Hexe. Hexe steht an dritter und an vierter Position. Hat nicht viel Leben. Entscheidend ist natürlich immer der Kampf gegen den Topf. Ein Hundemeister kann jede Position treffen und aus Faszin agieren. Ach, du wärst eigentlich auch nicht verkehrt gegen die Hexe. Waffenknecht, nein, das bringt nix bei der Hexe, denn die schmeißt irgendjemand in den Topf. Nein! Bei... Was hat man noch als Alternative? Wegelagerer! Ja! Ja! Barbaren wär auch nicht schlecht. Oh, oh. Da kommt's aber wirklich auf jede Runde an. Ah, Entschuldigung. Scheiß drauf. Ich muss dich nehmen. Die andere hat zu viel Stress. Okay. Okay, wir killen auch schnell eine Hexe. Würde ich sagen. Wer ist denn jetzt nicht mit dabei? Ach du Scheiße. Startlist ist so geil. Ihr habt es ja gesehen. Er hat nur noch reingekrittet. Ich lock es mal ein. Halt, halt, halt. Was gibt es noch für Problemfälle? Meine Barbarin. Ach du lieber Himmel. Ich brauche die Präzision. Zumal ich noch kein Präzisions-Item habe. Kein vernünftiges. Hexe, sagst du. Na ja. Okay. Meine Hexe müssen wir eigentlich nicht viel heilen. Das passt. Aber bei einer Hexe müssen wir viel Schaden machen. Viel Schaden. Zusätzliches Ausweichen. Ne, warte, warte, warte. Wir brauchen Pfeife. Du kriegst das. Du drückst Blutungen rein. Das passt schon. Ein bisschen Ausweichen wäre eigentlich auch ganz geil. Schaden lohnt sich nicht, ne? Ne, das lohnt sich nicht. Das lohnt sich nicht. Okay. Okay, okay. Das hier ist voll. Das sieht gut aus. Das sieht gut aus. Sieht auch gut. Okay. Okay. Was sieht's mit dem Stress eigentlich aus? Ah, die Lodge. Du bist ja auch... Oh, hab ich dich übersehen? Was ist so eine tolle... Hä? So. So. Sind wir wieder gut geldlos geworden? Hexe? Hexe. Hexe, Hexe, Hexe. Hexe. Hexe, 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 Hexe. Uh, yeah. Okay. I had collected many rare and elusive volumes on ancient herbal properties and was set to enjoy several weeks immersed in an uncomfortable study. My work was interrupted, however, by a singularly striking young woman who insisted on repeated calls to the house. Hexe, Hexe. Hexe. Tja, hast du dich mit der Feistkreis eingelassen? The method in the wild corruption here. It bears a form both wretched and malevolent. No way. No way. Den Einkampf, das sparen wir uns. Glittering gold. Trinkets and bubbles. Pain for in blood. Oh, nein. Nein! Victor Plasma. Ach, shit. Ach, shit. Wehe, du beschwörst jetzt einen großen Haufen. Wehe! Nein! Oh, gut! Ich weiß gar nicht, ob das die Attacke war. Aber hey, er ist tot. Ah, sehr gut. A fortune. Wartet, um zu spät. Die größte Scheiße im Wald. Ich sag's dir. Kein Scout. Autsch. Ah. Hallo? Stör ich euch bei irgendwas? Oh. Ja. Leute. Es ist ja schön, dass ihr krettet und alles, aber spart euch die Kritz doch bitte für die Hexe auf. Das ist immer das Gleiche. Bei 0815 Kämpfen, da wird reingekrittet wie ein Weltmeister und dann, wenn's drauf ankommt... Nett. Minimalschaden. Ah, was haben wir da? Blah! Erste Stack ist schon voll, sagst du, ja? Ein Bildchen? Ein Bildchen? Ein Bildchen? Er hat mir da zu viel Fackel reingekauft, ne? Ja, hab ich. Sie sind vollgelegt. Und das Ziel ist klar. Seht's, Binde! Der Scheißmaden, ey. Oh, gut, kommst du auch von deinem Stress runter. Ja, ey, du hast acht Augen. Da wird dir wohl irgendeins blind von sein, oder? Komm schon. Oh, sehr gut. Ein zweiter Onyx. Grit-Scout, Grit-Scout. Der erste Hunger meldet sich. Okay. Noch ein Gräbchen. Komm, mach auf da. Oh, oh. Nicht gut. Das ist gut, das ist gut, das ist gut. Weich aus, Kerle! Der Hexenkampf dauert meistens nicht länger als drei oder vier Runden. Oh, sehr gut. Das reicht, genau. Da kann ich eine Hunde Knochen, kann ich jetzt opfern. Vor allem gegen die beiden Damen hier in den hinteren Reihen. Oh, wie ein Gentleman ist er ausgewichen. Mit wehendem Haar. Ah. Ah, komm dann. Machen wir hier mal den Vorhang zu. Boogeyman. Wird es noch was mit uns? Ich glaube eher nicht, mein liebes Heilkraut. Sechs Bandagen? What the? Ah, meine Freunde. Spinnen. Acht Beiner mit acht Augen. Beiß, Corki. Beiß hier die Beine raus. Halten Sie sich zurück, Madame. Frau Spinnen. Na, wolltest schon, oder? Wolltest du mir noch einen Crit reindrücken zum Ende, ne? Nichts da. Da ist er wieder. Der Kraut. Ich weiß ja, dass ich ein paar Schaufeln brauche auf dem Weg. Okay, hätten wir das auch mal geklärt. Nochmal Stressheilung. Okay. 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 Ich bin jetzt bei mir klar. Schade, 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 das ist, wie ein Leben erzeugt wird. Wow, daneben, ehrlich. Yo, den mit dem Zahnumhang, den triffst du, ne? Boah, der Knarre weggekrittet. Sehr schön. Oh, ein großes Shiny, ein richtig großes Shiny, Shiny. Was für Camping-Skills habe ich? Nützliche für den Camp... Ja. 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 Wir campen. Stresshaltung brauche ich nicht. Es steht ja eine direkt vor mir. Ausweichen und Präzision. Gut, einen nächtlichen Hinderhalt brauche ich ausnahmsweise mal nicht. Ja, passt schon. So. Schon sieht die Welt viel besser aus. Okay. Lass mal stehen für den Rückweg. Falls es einen Rückweg gibt. Das war so klar mit der Schaufel. Dass ich noch mal einen zum Schluss brauche. Malformt mit Missintenden. So. Sind alle bereit? Dann los. ... 80 Lebenspunkte ist nicht so viel. Den Kesselkrieg sind nicht kaputt. Der ist unzerstörbar. Wenn niemand drin ist. Ja. Nur 20% Widerstand gegen Bluten. Madame. Ab in den Topf. Wer ist dran? Nein, nein. Nicht er. Nicht er. Nicht mein Main-Damage-Dealer. Okay. Jedes Mal, wenn irgendjemand von uns eine Aktion durchführt oder die Hexe, verliert ihr Lebenspunkte. So lange, bis er an der Schwelle des Todes ist. Dann fällt er raus. So weit will ich es aber nicht kommen lassen. Wenn mein Healer drin wäre. Oder der Flagelland. Okay. Hätte ich einen Wettkampf mit der Hexe gemacht. So. Wer ist schneller tot? Ich oder? Aber. Ja. Jetzt wo einer drin ist. Verliert der Hexe. Der Topf. Und seine Verteidigung. Und wir können ihn zerstören. Habe ich jetzt auch vor, ehrlich gesagt. Denn. Der muss raus. Der Wegelagerer ist zu wichtig. Gerade eben wollte ich noch sagen. Die Hexe an sich macht nicht so viel Schaden. Sollen wir zu dem Thema. Was die für Geräusche? Och komm. Nicht ihn. Ah. Diese Schmerzen. Er bringt nichts mit ihm drauf zu hauen. Er macht zu wenig Schaden. Und der Kessel kann nicht buchen. Drei ganze Schaden. Baut sie. Die. Ich würde ihn halt auch gerne mal heilen. Würzung ist okay. Mit dem Stress kann ich umgehen. Hauptsache. Sie kann sich auch ein bisschen heilen. Was braucht man hier so lange? Warum seid ihr so langsam? Ja. Ich will dich ja rausholen, Bruder. Es dauert noch einen Moment. Oh. Auf den Topf. Auf den Topf. Auf den Topf. Auf den Topf. Nimm mal bitte jemand anderen. So war das doch auch nicht geplant. Okay. Komm. Wir bringen es zu Ende. Scheiße. Was ist denn das für ein Scheiß? Absoluter Schrott. Egal. Hauptsache. Die Hexe ist tot. Egal. 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 Ja. Hauptsache. Die Hexe ist down. Die Hexe ist nicht wirklich schwer. Es ist halt nur ein Kampf gegen die Zeit. Teilweise ziemlich stressiger Kampf gegen die Zeit, wenn sie die falschen Leute in den Kessel packt. Tarrows können diese Schäden aber hier. Eine Linde von Gold. So. Jetzt kann ich noch ein bisschen meine Schaufeln benutzen. Ich habe hier Geld dafür ausgegeben. Wer hat denn am meisten Stress? Du. Steck. Ja. Ja. Wird er ein Stack Urkunden. Ja. Wunderbar. Wunderbar. Ja. Wie. Ich weiß nicht was ich hier. Reinrenne. Nehmen wir den Weg. Vielleicht habe ich ja Glück und es wird auf dem letzten Meter, war ja im letzten Dungeon auch so, oder im vorletzten, ich weiß nicht, noch der Geheimraum aufgedeckt, falls es hier einen gibt. Ja, mit den Schaufeln sind wir durch. Kein Scout? Okay. Oh. Ach, jetzt ist der ein Sack. Oh, sch***. Nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Nochmal ordentlich Stress gegen Ende, ne? Ah, du bist ein Gauner, ein Elender. Treffen wir ihn, treffen wir ihn, treffen wir ihn, treffen wir ihn, ja. Das war das, was wir machen. Äh. Wf! I-I-I! Wf! 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 Schlitz! Und Schlitz! Yeah! Ein junger Gott. Weicht aus ohne Ende. Bist du auch leuchtend? Oder was ist das? Ne, noch nicht mal. Ah, das könnte sein. Ne, aber du hast überall... Egal, du bist einfach nur geil. Schön am Ausweichen. Oh, kein Kritil. Und Knarre. Ins Gesicht. Nix mehr. Nix mehr. Ab nach Hause. Okay. Oh, das ist gut. Das ist sehr schlecht. Gerade für ihn. Eine Hexe weniger im Wald. Ihr Lieben. Kein Clown. Mann. Aber wir haben wieder ein paar Bilder gesammelt. Okay. 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 Alle raus. Ordnern. Zack. Wann haben wir? Einen Boss hätten wir noch. Pfff. Pfff. Diese ganzen Blutfluchen. Dinger. Ah. Ich lasse es voll gut sein. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wenn es wieder heißt. Darkest Dungeon. Euer Slagsi. Danke fürs Zusehen. Ciao. Danke fürs Zusehen. Danke fürs Zusehen. Danke fürs Zusehen. Danke fürs Zusehen. Danke fürs Zusehen.